sind ja immer noch nicht da doch sind die dafür ist jetzt so lange gebraucht dafür die kette das ding ist er muss er hat mir geld wieder gepumpt und denn und denn also ich wollte ein anderes outfit aber sah alles scheiße aus dann hat er mir extra geld gegeben hörst du mir überhaupt noch zu da musste ich zwungen also also gezwungenermaßen irgendwas nehmen weil sonst wäre verärgerlich gewesen jetzt sehe ich so aus wie ich aussehen akzeptieren mich so wie ich bin die inneren werte oder war also das muss ich an das ist eine aussicht so kann man doch jeden abend verbringen jemand das mehr oder natürlich muss gegeben im anlass möchte ich mich dazu nicht äußern dabei ist ein blick noch nur mensch na guck mal die kommen hier rüber ich die ganze kasse noch für mich üblich man ja warte 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 es war immer doch immer doch korrekt halt immer ein tag ich danke dir hier ja was ist das denn für krasses zeug man frisch importiert feinste grüne wiese das schmeckt das reicht dank wenn der einst war ja kruser entspannen wir bereiten uns schon mal auf die party vor die später wieder abgeht ja aber früh ist es noch sonnenwende ich habe den heli in den sand gehackt hat das schon fette party hat oder nicht ne ne ohne dich doch nicht was ist das für ein auto da drüben eigentlich welches ist das für ein modell der bmw m4 schätze ich kenne mich gut aus damit deswegen frage ich ja nachsehen ich bin mal kurz im arsch dafür haben wir 20 zentimeter vorhaut er springt warum springt er war da schon wasser aber wohl auch wieder auftaucht Hilfe 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 man engel dankeschön mann danke sie muss sich um nichts mehr sorgen auch nicht die besten schwimmer haben die gemeint und davon wenn man kein seepferd gemacht hast du es gemacht so eine schön von die zehntausende dankbarkeit oder ich habe wenigstens versucht dich zu retten ja also kannst du mal sehen die anderen nicht du bist auch die ehrenfrau ich weiß als würde ich auch nicht bei ihm bin ich ehrlich ja ja hallo hallo ja kameraden und kameradin ich weiß nicht ob es die bergmann ja hier ist ein friedhof und man fährt nicht mit dem motorrad auf dem friedhof mit autos ja danke schön tag der friedhofswerter was für was für ein schönes jäckchen er hat das überlegt als wäre es ein helles endel gewesen hätte ich glaube ich schon mal gefragt habe ich dann noch mehr drauf dann ist nicht ich erinnere mich daran die geschichte vielleicht war der nekrophil und darauf gewartet dass sie alle weg ist immer mit akim bus unterwegs warum kommt ihr von ja hier angerannt macht uns eine ansage verpiss sie wieder der parkplatz ist doch nicht hier lang gefahren wird der schnauze warum sind jetzt so viele helis unterwegs haben wir schmerzen die ganze zeit die geiseln bedroht hinten drin wir gucken jetzt was da los ist wir wir parken hier ums eck irgendwo das ist doch das das kartell anwesend von irgendeinem oder gehört das schon dazu ich weiß es nicht glaube dass ich so aus ich weiß es nicht wo ist branco wenn man den braucht da stehen ganz viele leute sieht er die wo ja 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 wo denn auf dem dach war ja direkt an der mauer guck mal ein bisschen über die hecke ich gucken wir die hälte recht 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 rein die richtung ja das sind nur ganz viele die dahinter stehen das sind ja richtig viele das geht ab wenn der hedion sieht wird dass ich auch denken was machen wir lieber weg gehen ja ich fühle mich auch nicht sicher ich habe eine maske auf die kugel sicher bei uns ist auch direkt ein heli wir dachten voll wie die dabei haben was war das für ein trink was was ist denn scheiße wollen wir helfen nicht gut aus schicken dispatch hey du wir holen jetzt hilfe ja jetzt hat er schwarze haare wieder jetzt hat er weiße haare ganz freaky ganz ganz freaky da drüben war auch ein medic einfach steht was sind wir können dann direkt hier überladen ich hatte glaube ich eingesehen aber mehr da rein gehen ist nicht weil dann können die schießen dann hast du mal ein stabiles einlage legen er darf sie nicht hoch hier mehr sein du muss übrigens hin zum medic ich will ja nicht hoch also wo ist denn aussieht jetzt schon wieder ich muss es demnächst auch mal ein bisschen shoppen gehen ja wir haben dings gerufen okay alles klar kann man sonst irgendwas helfen wir haben das jetzt gerufen der medic wird eh kommen wir können jetzt eh nicht mehr machen ich würde sagen es will mal weiter gehen ich hab keinen bock auf die kopf zu sterben leute du läufst falsch ich bin mir hinterher sehr entspannt aber hätte die fresse da hinten ja sag bescheid wenn ich blitze aber ich muss mich ausziehen ich oder mich also ich mich kannst auch machen wenn du willst hallo wer war das verzweifelt hallo hallo er hat sich schon nackig gemacht wer ist denn das der hört sich richtig besoffen an das ist nicht dieser abschlepphof das ist nicht rick krak rick also gleich sind wir beim abschlepphof wer ist rick der krieg also dieser rick 50 meter weg so ist er wir können nicht schneller rennen bist du auch da ja das sind 4,5 stunden wenn du hier hinkommst kriegst du direkt mit der baisy auf die fesse abschlepphof ich hänge die ganze zeit am schrottplatz wir kommen zum schrottplatz warte einfach kurz zum tic hört ihr mich? also ich ja ja also ich würde danach gerne einmal zur bank und vielleicht noch was zum klamotten laden ich fühl mich nicht wohl in meinen warum warte mal warte mal was hast du denn dran warum hab ich denn eigentlich kein geld schon wieder was ist denn passiert ich das hab warum hast du das du hast mich getragen und ich hab sie aus der hosentasche geklaut oha nein oha weißt du nicht noch du hast es mir gegeben damit ich darauf aufpasse weißt du denn nicht mehr hey aber ich hatte auch noch was lange reise wir sind am unicorn vorbeigekommen und hatten schwere kopfschmerzen ja genau so schwer das ja mir wurde das auto unterm arsch weg geklaut boah ich weiß auch nicht was können wir überhaupt machen also unicorn fällt auf jeden fall flach nach dem was wir da gerade gesehen haben oder je 15.000 eintritt von dem her das ist ja man ich wollte da nur äh gerade schmerzen ich weiß nicht wann du gemacht hast aber du hast alles gemacht meiner Meinung nach ich hatte so kaum schmerzen ja mach rink die scheiße die haben alle da durch den kregen dann kannst du schön alle an dich denken nein steigt alle aus ich fahr jetzt so ein meter vor und mach das ding ach ja ach ja ach ja ach ja zähl ausschgierendes ach 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 ha Ja, Mann.